Heute stelle ich euch 5 Spiele vor, die einmal einen extrem großen Hype hatten und inzwischen so gut wie ausgestorben sind. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielkanal. Heute gibt es tatsächlich ein extrem interessantes Video, ihr habt es gerade in meinem Prä-Intro gehört. Ich möchte einmal ganz kurz vorweg sagen, ich weiß, dass vermutlich auch noch viele von euch diese 5 Spiele spielen, die ich hier heute vorstelle. Das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, ich habe tatsächlich vor kurzem einen Internetartikel dazu gelesen, zu speziell diesem Thema und genau dort kamen diese 5 Spiele vor. Ich wollte euch den jetzt hier eigentlich einblenden, hab den aber jetzt leider nicht mehr gefunden, weil ich den nicht abgespeichert habe. Aber ich fand das Ganze so interessant, weshalb ich euch diese 5 Spiele unbedingt einmal vorstellen wollte. Also Freunde, wir kommen tatsächlich direkt einfach mal zu Spiel Nummer 1 und zwar Among Us. Ihr seht jetzt im Hintergrund auch immer ein bisschen Videomaterial, weil ich alle Spiele, die hier in der Liste vorkommen, tatsächlich auch selbst gespielt habe, aber inzwischen keines dieser Spiele mehr spiele. Ebenfalls werde ich euch immer belegen anhand eines Graphen, den ich offiziell bei Google rausgesucht habe. Ich benutze dafür das Tool Google Trends, damit kann man einfach das Suchvolumen speziell auf YouTube von verschiedenen Suchbegriffen gucken. Und das erste Spiel ist, wie gesagt, Among Us. Among Us hatte im Jahr 2020 gegen Ende des Jahres einen extrem großen Hype. Vor allem in Deutschland war der Hype auch extrem groß. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, eigentlich alle großen YouTuber haben zu der Zeit Among Us gespielt und auch immer zusammen. Das heißt, man hatte da ein extrem krasses Crossover. Sei es Leute wie Gnu und Unge und selbst Knossi, alle haben irgendwie miteinander Among Us gespielt. Ich muss auch selbst sagen, dass ich zu der damaligen Zeit gerne diese Videos geguckt habe, weil es halt einfach witzig war, diese ganzen verschiedenen Content Creator in so einer Lobby, in so einem Spiel zu sehen, die dann dort direkt miteinander interagieren. Man konnte sehen, wer der Schlaue ist, man konnte sehen, wer extrem Lost ist. Und es war halt einfach interessant und witzig anzuschauen. Wohingegen Among Us zu der Zeit bei einem Score von 100 war, in der Zeit war es Suchvolumen von Among Us, auch im kompletten Zeitschrei davor, kann ich euch sagen, am höchsten. Und das ist nun mal die Vergangenheit. Inzwischen, wenn man jetzt einfach mal auf den aktuellen Chart schaut, dann hat Among Us im Vergleich zu damals nur noch ein Zehntel des Suchvolumens, wie es 2020 hatte. Merkt man auch daran, die ganzen großen YouTuber machen eigentlich gar keine Videos mehr zu Among Us. Also ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, wer überhaupt noch Among Us spielt. Schaut es gerne mal in die Kommentare, spielt ihr noch Among Us? Ich finde, das Spiel ist immer noch nicht, es ist nicht schlecht, aber es ist halt aktuell einfach nicht im Trend, muss man sagen. Die haben es vielleicht ein bisschen verkackt, ein bisschen da mit den Hypes nicht mitgegangen, muss man schon sagen. Vielleicht Updates ein bisschen zu spät gemacht. Ich kann es nicht genau erklären. Vielleicht habt ihr Among Us mal gespielt, spielt es jetzt nicht mehr. Schreibt gerne in die Kommentare, woran es lag. Spiel Nummer 2 ist tatsächlich Pokémon Go. Ihr seht es auf jeden Fall, Pokémon Go hatte im Sommer 2016 den Mega-Hype. Jeder hat das Spiel gespielt, die Server waren dauerhaft offline. Ich habe zu der damaligen Zeit auch extrem viel Pokémon Go gespielt. Habe es dann auch jetzt, ich glaube, letztes Jahr mal ausgetestet. Da seht ihr jetzt hier ein bisschen Videomaterial dazu eingeblendet. Und ja, auf Pukis Kanal, da seht ihr jetzt hier mal ganz kurz eine Übersicht von seinen Videos mal ein bisschen eingeblendet. Die sind halt alle aus dem Jahr 2016. Und ich würde auch mal vermuten, falls ihr in dem Jahr schon ein bisschen älter wart, habt ihr mit Sicherheit das Spiel schon mal einmal mindestens gezockt. Und zu der damaligen Zeit war es Suchvolumen bei 100. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit jetzt März 2023, ist das Pokémon Go Suchvolumen nur noch im Vergleich bei einem Wert von 2. Und das ist wirklich krass. Das ist ein Fünfzigstel. Ich habe extrem lange kein Pokémon Go mehr gespielt. Ich kenne auch keine Freunde mehr, die von mir noch Pokémon Go spielen. Es war eine coole Zeit, bin ich euch ehrlich. Aber ich kann euch nicht sagen, ob dieses Pokémon Go Ding irgendwann mal wieder in den Hype reinkommt. Ich weiß es nicht. Schreibt mir einmal in die Kommentare, spielt ihr noch Pokémon Go? Habt ihr es vielleicht mal im Sommer ausgepackt? Also ich habe das auch nur auf meinem Handy installiert. Aber ich glaube, das ist auch, also keine Ahnung, seit Ewigkeiten nicht mehr angerührt. Kommen wir zu Spiel Nummer 3. Und zwar Subway Surfers. Subway Surfers gibt es auch schon extrem lange. Wir beleuchten aber jetzt nur einen Graphen von circa einem Jahr, weil um diesen Bereich geht es nämlich. Subway Surfers hatte, warum auch immer, letztes Jahr einen extrem großen Hype im Sommer. Und in der Zeit habe ich auch extrem viele Subway Surfers hier auf dem Kevin-Spiel-Kanal gebracht. Viele haben auch immer gerne die Subway Surfers-Videos bei mir geguckt. Die kamen extrem gut an. Ich glaube sogar eines meiner erfolgreichsten Videos hier auf dem Kanal, seht ihr jetzt hier mal kurz eingeblendet, ist ein Subway Surfers-Video mit so knapp 200.000, 300.000 Aufrufen. Also es gibt viele Subway Surfers-Videos auf dem Kanal, die viele Aufrufe haben. Was krass ist, also damals kam das glaube ich wieder durch TikTok in den Hype, weil dort viele Leute diese No-Coins-Challenge probiert hatten. Ja, seitdem ist Subway Surfers eigentlich stetig nur noch runtergegangen. Wobei es im Juni 2022 noch bei einem Suchvolumen von 100 war, ist es jetzt nur noch bei einem Suchvolumen von 9. Also auch hier ein Zehntel. Und es gibt auch eigentlich glaube ich keine Leute mehr, die regelmäßig Subway Surfers-Videos hochladen. Also ich habe ewig kein eigenes Subway Surfers-Video mehr gemacht. Klar, Subway Surfers kam mal in Videos bei mir vor, ne, in einem Spieletest. Und ich glaube, es zockt noch immer noch viele Subway Surfers. Aber es werden halt dazu keine YouTube-Videos mehr geguckt. Ich finde das Spiel immer noch cool. Kann nichts zu dem Spiel sagen. Allgemein sowohl zu Subway Surfers, Pokémon Go als auch Among Us kann ich nichts Negatives sagen. Ich spiele die Spiele aber alle drei nicht mehr. Und, ja, aber ich, ne, wenn denn das Spiel wieder mehr gefragt ist, vielleicht zocke ich dann auch wieder mehr. Ich kann es euch nicht so genau sagen. Ähm, wie gesagt, auch hier wieder eure Meinung in die Kommentare. Zockt ihr noch Subway Surfers? Ja, oder nein? Wollt ihr vielleicht sogar auch mal wieder Videos dazu sehen? Vielleicht kann ich ja jetzt hier auch den Ball ins Rollen bringen. Und auf einmal zocken wir alle Subway Surfers. Wäre sehr witzig. So, jetzt sind wir bei Spiel Nummer 4. Das den Hype auch sehr gut verkackt hat, würde ich jetzt mal sagen. Weil das Spiel war auch echt in einem guten Hype, genauso wie in Among Us. Die Rede ist von Fall Guys. Dieses Spiel habe ich auch ein-, zweimal gespielt. Ich habe es auch sogar gestreamt und kann mich daran erinnern, dass ich in diesem Livestream sogar hier auf dem Kanal teilweise über 2000 Zuschauer hatte. Also das Interesse an dem Spiel war echt groß. Und ich fand Fall Guys auch cool. Aber sie haben es irgendwie nicht geschafft, dieses Momentum zu halten, dass das Spiel weiterhin interessant bleibt, dass viele Leute zocken. Vor allem früher hat das Spiel, glaube ich, sogar Geld gekostet. Ich glaube, das kam sogar 2020 in den ersten Hype. Den habe ich aber jetzt hier nicht auf dem Graphen mit drin. Und dann gab es nochmal einen zweiten Hype, wo das Spiel dann umsonst war, weil es von Epic Games gekauft wurde. Das war tatsächlich auch in einer ähnlichen Zeit, wo Subway Surfers im Hype war. Und zwar im Juni, Juli 2022 war es Suchvolumen bei 100. Und wenn man jetzt mal einmal vergleicht, aktuell ist es Suchvolumen bei 4. Also auch ganz, ganz schlimm abgekackt. Tut mir auch sehr leid. Ich fand Fall Guys cool. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, Stumble Guys hat Fall Guys seinen Rang abgelaufen. Es gab auf jeden Fall mehr Leute, die mit Stumble Guys erfolgreich geworden sind. Und ich würde auch mal sagen, es gibt noch viele von euch, die Stumble Guys jetzt noch spielen. Stumble Guys finde ich persönlich, auch wenn man sagen muss, dass es eigentlich eine Nachmache ist von Fall Guys, cooler. Die haben es besser umgesetzt. Die sind mehr mit dem Trend gegangen, haben mehr Updates gebracht. Das ist kinderfreundlicher, einfacher zu spielen auch. Die Runden gehen viel schneller. Die Skins sind alle cool. Also Stumble Guys würde ich schon sagen, ist auf jeden Fall, also die haben es viel besser gemacht als Fall Guys. So, Spiel Nummer 5. Ich wollte es eigentlich nicht mit reinnehmen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Spiel mit in der Liste drin ist. Aber man kann es schon ein bisschen unterschreiben. Aber wir kommen zum Punkt Fortnite. Ihr seht jetzt hier ein bisschen Videomaterial von mir, vielleicht auch ein bisschen Gameplay von YouTube. Ich weiß nicht ganz genau, was hier Achmed einblendet. Auf jeden Fall spiele ich Fortnite immer noch, muss ich sagen. Ich muss aber auch unterschreiben, 2018, 2019 und auch 2020 war Fortnite deutlich mehr im Hype als jetzt. Aktuell gibt es auch eigentlich wenig Spiele, die mega im Hype sind, außer vielleicht Minecraft. Aber ja, Fortnite, großer Hype. Das Suchvolumen bei 100 war im Mai 2018. Und das habe ich so auch grob in Erinnerung. Da war das Spiel so im großen Hype. Da habe ich das auch viel gespielt, auch privat, ohne Videos aufzunehmen. Ich spiele es auch jetzt immer noch, aber auch nicht mehr in Streams. Höchstens noch für Videos, wisst ihr ja. Ich mache das aber auch immer noch gerne. Also das Spiel ist jetzt für mich nicht langweilig geworden. Und ich würde auch mal vermuten, dass viele von euch auch noch Fortnite spielen. Aber halt nicht mehr die ganz große Masse, wie es 2018 war. Denn das Suchvolumen ist bei 21, ist um ein Fünftel gedroppt. Im Vergleich noch zu 5 Jahren, muss man auch mal sagen. Das ist schon krass, dass sich das Spiel auch jetzt immer noch 5 Jahre gehalten hat. Es kamen sehr viele Sachen im Spiel. Wir sind, glaube ich, jetzt in Kapitel 4. Gut, da kenne ich mich jetzt nicht gut genug mit aus. Aber vorne ist es ein cooles Spiel. Du musst es aber jetzt mit aufnehmen, weil es hier in der Liste mit drin war. Kann man auch, aber, also ich würde es auch unterschreiben. Es ist auf jeden Fall weniger im Interesse als noch vor 5 Jahren. Aber auch nach, aber auch verständlich, ne. Trotzdem, auch hier nochmal an der Stelle. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Spiele von denen hier spielt ihr noch. Welche habt ihr gespielt? Abonniert den Kanal. Schreibt in die Kommentare, ob ich das vielleicht auch nochmal mit anderen Spielen machen soll. Das hier sind jetzt die 5 größten, die auch aufgelistet worden sind. Die auch mit am bekanntesten sind, würde ich jetzt mal behaupten. Abonniert den Kanal und tschüss!